Rüben, was ein Spiel. Ihr wart super stark und dann das 2-2 kurz vor Schluss. Was hast du dir dabei gedacht, am Schluss dann nochmal vor dem Tor zu stehen? Was ging dir da durch den Kopf? Ja, jetzt ist es schwer. Jetzt ist es schwer und dann haben wir wieder zwei Riesenchancen mit Karim und Heinze und vielleicht nochmal einmal Lackic. Dann habe ich gedacht, dieses Spiel ist vielleicht vorbei, aber dann kommt mein rechter Schuss und ja, ich habe alles gut gemacht. Lackic, verrücktes Spiel. Ihr geht 1-0 in Rückstand und dann hast du dir den Ball auf den Punkt gesetzt bzw. auf die Linie kurz vor dem Strafraum und hast ein Freistoßtor gemacht. Was ging dir da kurz davor durch den Kopf? Ja, ich wollte das Tor machen und ich habe die Möglichkeit gesehen, ein Tor zu machen und zum Glück hat es geklappt.